Jazz Gitti Eine wahre Wiener Ikone, die seit Jahrzehnten das Publikum begeistert. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Musik, Humor und Authentizität. Ihr Auftritt in Ein Leben für die Schönheit war etwas Besonderes. Sie teilte ihre persönliche Reise und Unsicherheiten. Mit ihrem typischen Humor und offenem Herzen. Es ging darum, das Leben zu feiern und Veränderungen zu begrüßen. Mit dramatischem Schwung enthüllte Jazz Gitti ein Foto aus ihrer Vergangenheit. Da war sie, die Jazz Gitti von einst. Ihr Lächeln so strahlend und ansteckend wie eh und je. Sehen Sie sie sich an, rief sie aus. Ihre Stimme eine Mischung aus Belüsement und Selbstironie. Die haben unzählige Lieder gesungen, unzählige Male gelacht. Ihr Lachen hallte durch das Studio und erinnerte uns alle daran, dass wahre Schönheit in den Geschichten liegt. Eine Erinnerung an den unglaublichen Weg, den Jazz Gitti zurückgelegt hat. Auftritt Christina und Arthur Worsek, ein dynamisches Zahnarzt-Duo, bekannt für seine Kunstfertigkeit, Lächeln zu verwandeln. Mit ihrer sanften Berührung und ihrem scharfen Blick für Ästhetik machten sie sich daran, Jazz Gittis Lächeln seinen alten Glanz zurückzugeben. Es ging darum, Jazz Gittis natürliche Ausstrahlung zu unterstreichen und ihr das Selbstvertrauen zu geben. Die Behandlungen waren ein Beweis für den Fortschritt in der modernen Zahnmedizin. Jazz Gitti unterzog sich minimalinvasiver Behandlungen, die das Aussehen und die Funktionalität ihrer Zähne verbesserten. Es ging darum, sicherzustellen, dass Jazz Gitti noch viele Jahre lang singen, lachen und das Leben genießen kann. In einer Welt, die von Jugend und unerreichbaren Schönheitsstandards besessen ist, löste Jazz Gittis Entscheidung für eine Zahnkorrektur wichtige Diskussionen über Selbstakzeptanz und den Druck, sich anzupassen, aus. Es wurde deutlich, dass Schönheit in allen Formen, Größen und ja, sogar Zahnfehlstellungen vorkommt. Jazz Gittis Entscheidung war eine kraftvolle Erinnerung daran, dass es in Ordnung ist, in uns selbst zu investieren und nach Möglichkeiten zu suchen, unser Wohlbefinden zu steigern und unser Selbstbewusstsein zu stärken. Es geht nicht darum, nach einem unrealistischen Ideal der Perfektion zu streben, sondern darum, sich in seiner Haut wohl und sicher zu fühlen. Bei der Transformation ging es um mehr als nur um Ästhetik. Es ging darum, das Selbstvertrauen zurückzugewinnen, den nächsten Lebensabschnitt mit neuer Vitalität anzugehen. Es war eine kraftvolle Erinnerung daran, dass das Alter nur eine Zahl ist und dass wahre Schönheit von innen kommt. Der Moment der Wahrheit war gekommen und das Studio hielt den Atem an. Als Jazz Gittis ihr neues Lächeln enthüllte, ging ein Raunen durch den Raum. Die Unsicherheiten waren verschwunden. Ersetzt durch ein strahlendes, selbstbewusstes Lächeln, das ihr ganzes Gesicht erhellte. Ihre Augen funkelten vor neuer Lebensfreude und spiegelten die transformative Kraft einer kleinen, aber tiefgreifenden Veränderung wider. Es ist, als wäre ich ein ganz neuer Mensch, rief sie aus, ihre Stimme voller Freude. Und tatsächlich schien es, als sei eine Last von ihren Schultern gefallen. Ihre Energie war ansteckend, ihr Lachen lebendiger denn je. Die Transformation ging tiefer als nur unter die Haut. Sie hatte einen Funken in ihr entzündet, eine neue Lebensfreude, die nach außen strahlte. Das neue Lächeln war keine Abkehr von der Jazz Gitti, die wir kannten und liebten. Es war eine Verbesserung, eine Feier ihrer einzigartigen Schönheit. Es war eine Erinnerung daran, dass manchmal eine kleine Veränderung eine große Wirkung haben kann, nicht indem sie uns verändert, sondern indem sie unser inneres Licht noch heller erstrahlen lässt. Abschnitt 6 Die Kraft der Transformation Andere inspirieren Jazz Gittes Geschichte fand tiefen Nachhall bei den Zuschauern und löste eine Welle von Gesprächen über Selbstakzeptanz, den Druck, gesellschaftlichen Schönheitsstandards zu entsprechen und die Bedeutung der Priorisierung des eigenen Wohlbefindens aus. Ihre Offenheit und Verletzlichkeit ermutigte Andere, sich ihren eigenen Unsicherheiten zu stellen und nach Möglichkeiten zu suchen, ihr Leben zu verbessern, sei es durch kosmetische Verschönerungen oder andere Formen der Selbstfürsorge. Ihr Weg wurde zu einem Leuchtfeuer der Hoffnung, zu einer Erinnerung daran, dass es nie zu spät ist, in sich selbst zu investieren und nach Möglichkeiten zu suchen, sein Selbstvertrauen zu stärken. Ihre Geschichte diente als kraftvolle Erinnerung daran, dass wahre Schönheit nicht darin liegt, unrealistischen Standards zu entsprechen, sondern darin, unsere Individualität zu akzeptieren und die Erfahrungen zu feiern, die uns geprägt haben. Die Welle der Unterstützung von Fans auf der ganzen Welt war ein Beweis für Jazz Gittes ungebrochene Anziehungskraft und ihre Fähigkeit, Menschen auf einer tiefen, persönlichen Ebene zu berühren. Ihre Geschichte wurde zum Katalysator für Gespräche über würdevolles Altern, das Hinterfragen gesellschaftlicher Normen und die Schönheit der Authentizität. Abschnitt 7 Jenseits der Oberfläche Authentizität feiern Was Jazz Gitti so faszinierend macht, geht weit über ihr Äußeres hinaus. Es sind ihre Wärme, ihr Humor, ihre natürliche Ausstrahlung, die wirklich strahlen. Ihre Zahnkorrektur hat nicht ihren wahren Charakter verändert, sie hat es ihrem inneren Licht einfach ermöglicht, noch heller zu strahlen. In einer Welt, die oft von Oberflächlichkeit besessen ist, erinnerte uns Jazz Gittes Reise daran, dass wahre Schönheit in der Authentizität liegt, darin, unsere Unvollkommenheiten zu akzeptieren und Freude an den einfachen Dingen zu finden. Ihre Geschichte lehrte uns, dass es in Ordnung ist, über sich selbst zu lachen, das Unerwartete zu akzeptieren und sich die kindliche Neugier zu bewahren, die das Leben so außergewöhnlich macht. Jazz Gittes Geschichte ging über den Bereich der kosmetischen Verschönerung hinaus. Sie wurde zu einem Beweis für die Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes, die Kraft der Selbstakzeptanz und die Bedeutung, das Leben nach seinen eigenen Vorstellungen zu leben. Abschnitt 8 Jazz Gittes Vermächtnis Ein gelungenes Leben Jazz Gittes Auftritt bei Ein Leben für die Schönheit war eine Hommage an ein gelungenes Leben, ein Leben voller Widerstandsfähigkeit, Humor und einem unerschütterlichen Bekenntnis zur Authentizität. Ihre Geschichte erinnerte uns daran, dass das Alter nur eine Zahl ist und das wahre Schönheit mit der Zeit nur tiefer wird. Ihre Bereitschaft, ihre Reise mit so viel Offenheit und Humor zu teilen, war eine Inspiration für unzählige Zuschauer und ermutigte sie, sich ihre eigenen Unvollkommenheiten zu eigen zu machen und nie aufzuhören, nach Möglichkeiten zu suchen, ihr Leben zu verbessern. Jazz Gittes Vermächtnis ist eines der Freude, der Authentizität und der ungebrochenen Kraft eines Lächelns. Sie hat uns gelehrt, dass es in Ordnung ist, Veränderungen zuzulassen, in uns selbst zu investieren und niemals die Dinge loszulassen, die uns Freude bereiten. Ihre Geschichte ist ein Beweis dafür, dass wahre Schönheit von innen kommt, von einem Leben voller Leidenschaft, Humor und dem unerschütterlichen Willen, sich selbst treu zu bleiben. Abschnitt 9 Ein Hoch auf Jazz Gitti Auf viele weitere Lächeln Ein Hoch also auf Jazz Gitti Die Königin des Wiener Charms Die Verkörperung ansteckenden Lachens Und ein leuchtendes Beispiel dafür, wie man in Würde altert, ohne ein Fünkchen seines Glanzes zu verlieren. Möge Ihre Geschichte uns weiterhin dazu inspirieren, zu unserem wahren Selbst zu stehen, Freude am Unerwarteten zu finden und nie aufzuhören, nach Möglichkeiten zu suchen, unser Lächeln noch strahlender zu machen.